Gewimmel in der Wurfkiste. Die Welpen sind wach, verlassen die Kiste, um draußen zu pullern. Athene putzt sie dann sauber und manchmal beißen sie sich gegenseitig, weil sie ihre neuen Zähne ausprobieren müssen. Hier wird gekämpft. Das ist Carlotta und Colin. Und die Hummel hat schon das Spielzeug mitgebracht. So ein Krach. So ein Krach.